Die Turbinenhalle in Oberhausen. Fettes Teil. Heute Abend hämmert Rom unter anderem mit Leichenwetter, Stahlmann und dann... Völkerball. Ihr heißt Leichenwetter oder was? Geiler Name. Ich nehme an, ihr macht jetzt nicht so viele Liebeslieder. Ja doch schon. Auch Liebeslieder? Ja, das ist ja Auslegungssache, oder? Ja, ich mag es. Ihr liebt Leichen. Der große Kran. Hier ist der Schalch aus. Das ist die Liftfrau hier. Die macht ja mal einen aus. Das ist der fette Haar. Wow. Mit dem Hämatoren-Equipment. Habt ihr alles raus? Ja. Ja. Ich werde hochgefahren mit dem Lift. Und Cherik immer am Arbeiten. Nicht filmen hier. Du mit dem Backline hochschleppen. Komm. Was? Mit dem Backline hochschleppen. Nicht filmen. Du mit dem Backline hochschleppen. Und dann wer noch nicht filmen. Du mit dem Backline hochschleppen. Du mit dem Backline hochschleppen. Alles klar. Nase ungefähr. In der Knie. Und das ist völlig zuletzt. Es ist so, es ist so, es ist so.